Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Na, jetzt! Halt doch still für mich. So, Köpfchen. Oh, jetzt ist er bütend, würde ich sagen. Macht aber nichts. Hohe zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Und ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was wir hier gemacht haben, wo wir sind. Denn meine letzte Aufnahmesession dieses Spiels ist schon, ja, ich glaube jetzt zwei Wochen her. Das reicht bei mir, damit ich nicht mehr weiß, was genau Sache war. Aber diesen Turm habe ich sofort wieder erkannt und ich weiß, dass da oben, glaube ich, irgendwo ein Flugzeug liegt. Und das wollten wir uns, meine ich, genauer angucken. Aber bevor wir jetzt losstarten, möchte ich mich an dieser Stelle mal ganz herzlich bei all den lieben Kommentarschreibern in der letzten Zeit bedanken. Der eine oder andere hat das ja mitbekommen. Es gab so ein kleines Schimpfi-Schimpfi-Video vor gar nicht allzu langer Zeit. Weil sehr viele, naja, Zuschriften kamen, dass ich dies und das zu tun habe und so weiter. Und da war ich etwas frustriert, muss ich zugeben. Und ja, in letzter Zeit habe ich eigentlich fast nur positive Zuschriften bekommen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Es gibt sehr viele Leute, denen es Spaß macht, dass ich so chaotisch spiele und denen es Spaß macht, dass ich mir so ein bisschen Zeit nehme beim Spiel. Vielen, vielen Dank dafür, dass es noch Leute gibt, die dafür Verständnis haben. Weil man hier nicht durchrusht und möglichst schnell Endlevel erreichen will, sondern sich ein bisschen Zeit nimmt. Und vor allem auch ein bisschen Zeit fürs Lesen nimmt. Vielen Dank, hat mich wirklich extrem gefreut. So, genug Lob für dieses Jahr. Ja, nein, wir machen... Ja, ich denke, wir müssen erstmal wieder alles freiräumen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich meine Aufnahme auch wirklich gestartet habe. Ja, ich habe meine Aufnahme auch gestartet, das ist gut. Denn, da läuft was. Wie geht's uns denn eigentlich? Das klingt aber, ich wollte gerade sagen, das klingt eher wie ein Super-Mutant. Waren hier nicht... Der wirft nicht... Wow. Hey, nicht weglaufen. Das fängt ja gut an. Ich dachte, da waren Verbrannte. Jetzt haben wir ja auf einmal Super-Mutanten. Und vor allem so einen dicken Super-Mutanten. Toll. Okay, wir machen erstmal wieder die kleinen, würde ich sagen. Easy. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Hey, du! Stillhalten für mich. Obwohl das ja schlechter trifft jetzt. Wir. Nachladen. So. Ja, das letzte Mal hatten wir hier noch Verbrannte. Nehmen wir alles mit. So, ich wollte eigentlich gucken, wie es uns geht. Denn wir können vielleicht mal ein bisschen... ...was trinken. Vielleicht auch noch ein bisschen... ...so ein paar Äpfelchen. ...äpfelchen. Und... Kaugummi könnten wir eigentlich kauen. Ich meine... ...das kostet die Welt. Und wir nehmen nochmal ein bisschen... Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Nuka-Cola. Nuka-Cherry. So. Genau. Nein, ein Radio! Nein, die Planken will ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Die geben ja eigentlich... ...nur Holz, oder? Planke. Planke. Wo haben wir denn... Hier. Ja. Ablegen. Weg damit. Will ich nichts mehr zu tun haben. Toll, dass wir hier ein Radio haben. Und toll, dass das Radio so laut ist. Müssen erstmal da hochfinden. Oh, wir sind überladen. Ich wollte gerade fragen, warum... Das reimt sich. Wir sind überladen. Ich wollte gerade fragen. Jetzt müssen wir einen weiteren Rhyme draus machen. Warum ich nichts mehr... Warum ich nicht sprinten kann. Ich denke, er ist da oben auf dem oberen Gang. So, vorbei mit den Rhymes. Erstmal... Au! Machen wir das Radio aus. Okay, Stufe 5. Ich bin nicht... Okay, das aber... Hä? Noch irgendwo? Da! Was? Warum sieht er so komisch aus? Hast du... Er hat irgendwie eine komische Kopfverdeckung auf, dass er komisch aussieht, oder? Na komm her jetzt! Versteck dich doch nicht da hinten! Sei ein echter Supermutant! Sei mutig! Oder auch nicht. Ich würde jetzt hier aber nicht nochmal alles looten. gebratene Red Krötenschenkel. Ich glaube, das kennen wir noch nicht. Ähm... Diverses. Ja, so viel Zeit muss sein. Rezept. Hey, beleidige mich nicht! Sag mal. Hundefleischsteak. Bekannt. Ja, es gab einen neuen Patch. Damit kam unter anderem sowas zustande, dass da jetzt immer schön in Klammern steht bekannt. Dann muss man das nicht aufheben, um dann zu gucken, ob man es schon kannte. Das finde ich sehr, sehr gut. Und offensichtlich wurde auch die Performance, zumindest sagen sie das, die Performance wurde nochmal verbessert. Wir werden sehen. Noch bin ich nicht lange in-game. Eigentlich genauso lange, wie ich, ähm, ja, jetzt gerade aufnehme. Also so lange, wie die Folge ist, so lange bin ich in-game. Das heißt, ich habe mich auch nicht wirklich umgeguckt. Und ich mache normalerweise auch nicht wirklich viel. Sondern starte eigentlich immer möglichst direkt. So, wir müssen weiter nach oben. Danke auch für den Tipp. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht selber drauf gekommen bin. Beziehungsweise, hey! Beziehungsweise, warum ich da nicht dran gedacht habe, denn in allen anderen Fallout-Teilen geht es ja auch. Ich habe mich hier immer über die Quests beschwert. Man kann die natürlich auch an- und abwählen. Vielen Dank für den Tipp. Ich weiß nicht, warum ich daran nicht gedacht habe. Warum ich irgendwie so dem Irrglauben angefallen bin, dass ich dachte, man könnte das in dem Online-Vorlaub nicht. Fragt mich nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich weiß es selber nicht. Okay, wir haben das letzte Mal so viel mitgenommen. Wir müssen jetzt nicht nochmal so viel mitnehmen. Oh, den hier haben wir das letzte Mal aber nicht gesehen. Na? Habt ihr noch ordentlich... Wurdet ihr noch ordentlich gebadet, bevor ihr gegessen wurdet? Das ist aber nett. Oh, das ist der dicke Supermutter gewesen. Wir müssen... Laserscharfschützengewehr. Wir sind eh schon überladen. Das ist ja schon egal. Ähm... Oh, das Knarzen hier. Das möchte ich mir mal ganz kurz angucken. Laserscharfschützengewehr. Oh, hallo. Na, das ist mal... Das ist ja nicht mal ein Visier. Na gut. Ja, nicht schlecht. Kann man machen. So, wir wollen aber nach oben. Zu dem eigentlichen Flugzeug. Ich glaube, das war der Plan. Und dann werden wir auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession nochmal zurück in dieses eine Anwesen gehen und den Schleier aufsetzen. Hm, den werde ich schon die ganze Zeit bei uns tragen. Was mir nicht aufgefallen ist. Ohnkorken, Jagdgewehr nehmen wir auch mit. Wir haben ganz schön viel Zeug bei sich. Ja, der sieht halt immerhin ein bisschen... Leckerer Stechflügel-Eintopf. Den kennen wir noch nicht. Ähm... Rezept. So. Finde ich aber sehr gut, dass sie das jetzt so gemacht haben, dass man sieht, was man schon kennt. Damit man eben wirklich nicht ständig diesen unnötigen Kram aufhebt. Und zehnmal das gleiche Rezept hat. Und bei meiner Vergesslichkeit dann natürlich auch nicht mehr weiß, welches Rezept man jetzt hatte. Psycho, natürlich. Wobei die Supermutanten sind ja eigentlich nicht so mit Drogen. So, dass man bei denen überhaupt Drogen findet. Schlossknacken-Wackelpuppe. Der optimale Bereich beim Schlossknacken ist bei Benutzung eine Stunde lang 30% höher wahrscheinlich. Ich glaube höher. Konnte ich gerade nicht lesen oder habe ich nicht gelesen? Okay. Hier haben wir nichts weiter. Aber gemütlich haben sie es sich hier gemacht. Was haben wir denn hier? Die unaufhaltsamen Zwei. Possessed by Ragnarök. Who can stop the unstoppable Grognarök? Ja. Nun. Okay. Schön. Okay, wo sind wir jetzt? Sendeturm. Da könnten wir eigentlich auch nochmal hingehen, oder? Und nochmal so ein bisschen was anfordern. Markierung bewegen. Wasserdatenholoband? Warum sollen wir denn ein Wasserdatenholoband sammeln? Das hatten wir doch schon. Also Riverside Manor, da wollen wir auf jeden Fall nochmal hin. Wie hier halt gerade wirklich noch Leute unterwegs sind. Und vor allem, wie viele Leute da gerade unterwegs sind. Ich möchte nämlich an dieser Stelle mal anmerken, bei mir ist es 3 Uhr morgens. Ja, ich komme momentan nicht eher zum Aufnehmen. Wir gehen jetzt erstmal, ja, zu einem Sendeturm, würde ich sagen. Oh, hier haben wir auch noch einen Teil des Flugzeugs. Da gucken wir natürlich auch noch rein. Ob wir da noch irgendwas Spannendes finden. Oh, wobei, das sieht einfach nur aus nach einem abgefallenen Teil. Schade. Okay, Sendeturm. Und dann fordern wir einfach nochmal so ein bisschen, ähm, wir haben ja was, wir haben, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Wir haben, wir können etwas anfordern. So. Oh, das werden wir tun, damit wir uns noch weiter überladen. Oh, diese Geräusche von den Dingern klangen gerade irgendwie wie fiese, große Monster. Top of the world, Radio-Signal. Radio, Radio-Signal. Nein, ich habe Angst, dass ich das, wenn ich das anmache, dass dann, ihr wisst es ja, GEMA und so. Hier wäre eigentlich auch eine schöne Gegend, so zum Wohnen für uns. Fernab vom Schuss, so wie ich das mag. Mitten in der Pampa, weg von allen Menschen. Stelle das Top of the world Funksignal ein. Okay, dann machen wir das. Pleasant Valley, okay. Okay. Nein! Oh, das ist eine Schussanlage. Habe ich gar nicht gedacht. Okay, wir können das eigentlich wieder ausmachen, wollte ich gerade sagen. Aber erstmal müssen wir uns heilen. Hi, du. Ich habe so ein bisschen Angst, den Supermutter dann auf mich zu rennen. Ja, ich sehe dich tatsächlich. Ich muss nur gerade das Radio ausmachen, weil es mich ein bisschen stört. So. Oh. Thronkorken. Fusionszelle. Nehmen wir alles mit. Ist ja noch einer. Oh, schon wieder so ein Sechzehner. Habe ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Na, jetzt. Halt doch still für mich. So, Köpfchen. Oh, jetzt ist er wütend, würde ich sagen. Macht aber nichts. So, der Turm hat nichts. Das nehmen wir mit. Wir haben zumindest immer hübsches Zeug. Benzink, Benzinkanister, Ölkanister, so viel Kram. Hm. Konnte man hier nicht irgendwas anfordern? Ich dachte, das wäre hier. Oh. Können auf jeden Fall nochmal ein Schlösschen knacken. Und uns weiter überladen. Eine Werkbank wäre toll. Lässt dich das vielleicht einrichten, dass wir hier eine Werkbank bekommen? Nein? Schade. Eine Holzkiste. Reparieren. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen. Notfallmanagement, bla bla. Das kennen wir alle schon. Wir machen einfach. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Überlebensgeschichte. Nahrungsmittel, Tagebuch. Anforderung eines Airdrops. So. Und dann werden wir gleich mal auf die Karte gucken. Terpentin nehmen wir mit. Terpentin. Da ist, glaube ich, noch ein Wachtturm auf der Seite. Eine Angel. Die brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Beweglichkeitspackerpuppe. Eine Stunde lang plus zwei Geweb... Äh, Geweblichkeit. Geweblichkeit. Ja. So sieht es nämlich aus. Aber ich sehe gerade gar nicht, wo es abgeworfen wird. Normalerweise wird es doch immer angezeigt. Ist der jetzt freundlich? Bist du jetzt freundlich? Das ist aber freundlich von dir. Gehen wir mal nach hier oben. Ist da eine Werkbank? Oh, schade. Da ist aber ein Super-Mutant. Okay, wo ist unser Airdrop? Ich fühle mich gekränkt gerade. Eventuell die Ghoul-Horde der Wald. Sehr schön. Ja, ja, ja. Wir können auf jeden Fall noch zu Pöverset Männer gehen. Das hier verstehe ich nicht, warum das angezeigt wird, ehrlich gesagt. Mein Kater steht gerade neben mir und miaut mich an. Nein, er miaut mich nicht nur an, er möchte auf meinen Schoß. Das finde ich toll, Kater, dass du jetzt auf der Rückenlehne sitzt und mit Krallen auf mir rumtrittst. Aua. Ach, Katzen. So. Ja, ich habe keine Ahnung. Normalerweise wird das ja immer mit so einem kleinen Bereich angezeigt, wo das dann landet. Dann nicht. Dann würde ich sagen, reisen wir jetzt einfach ganz, ganz frech zu Riverset Männer. 18 Kronkorken. Du bist überladen und kannst nicht. Das ist ein Witz, oder? Das ist ein Witz. Na gut, dann markieren wir einmal das hier. Und vielleicht haben wir da ja eine Werkbank oder so. Oder eine Kiste, das wäre auch nochmal toll. Wobei wir könnten eigentlich auch einfach unser Lager, unser Lager verlagern. Kann man das so sagen? Wir könnten auch einfach unser Lager verlagern. Und dann einfach da ein paar Sachen einlagern. Das ist ganz schön viel lagern. So, ich gucke nochmal. Aber vielleicht, wie schwer sind wir? 357. Das ist auch nicht mal eben so erledigt. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir da unten für ein Gebäude haben. Ruckel. Serverstabilität, absolut. Und der Kater miaut im Hintergrund. Und wenn da unten nichts ist und das nicht reicht, dann müssen wir vielleicht doch mal überlegen, ob wir unser Lager umplatzieren. So, jetzt habe ich ein anderes Wort genutzt. Top of the World Radio. Was haben wir denn da unten? Das ist aber nicht das... Nein, es ist... Okay, das Gebäude ist eigentlich... Da. Und was haben wir hier? Ja. Charakter. Lass dir Zeit. Dieses Schattenspiel hier manchmal. Haben wir hier irgendwas Spannendes? So. Loot. Diamanten. Edelsteine. Leichen. Nicht unbedingt, dass er sich finden wollte. Spawner Notfallsignal gefunden. Ich möchte das gerne ausschalten. Na, die knacken wir auch noch. Roller Toff Cocktail. Hervorragend. Könnte ich irgendwas machen? Nein. Auf dem Sack haben wir auch nichts. Das ist aber gut. Ja, nun, da müssen wir ja da rüber. Aber das sieht hier auf der Karte jetzt aus wie ein Diner. Aber das ist doch kein Diner, oder? Also, das Symbol ist eher so. Naja, wobei, Diner... Hm. Verwaltungsgebäude. Ich weiß nicht mehr, welches Symbol das da unten jetzt ist. Was über dem Westen sozusagen ist. Das könnte auch ein Verwaltungsgebäude sein. Holz. Ich meine, hier ist schon schön, aber hier ist auch ziemlich waldig. So für eine Base. Hier haben wir... Das sieht irgendwie komisch aus. Sind das Steine? Das sind Steine. Nein, nicht trinken! Was tust du denn? Spring! Eieiei! Eieiei! Hallo, ich suche eine Werkbank. Ist jemand zu Hause und möchte mir seine Werkbank zur Verfügung stellen? Das wäre sehr freundlich. Wand. Okay, ich würde sagen, da vorne wohnt schon einer. Verdammt. Ich möchte keine Nachbarn. Und Bule möchte ich... Okay, Verbrannte. Möchte ich... Ich auch nicht. Sag mal! Ja, es ist schon... Es ist... Es ist... Sehr früh. Oder sehr spät. Je nachdem, wie man es... Sehen will. Der ist weggerannt. Stift. Hallo? Da... Kommt ein Verbrannter, glaube ich, angerannt. Waren wir hier schon? Hä? Ich glaube, wir waren hier schon. Es kommt mir gerade sehr... Was ist da drin? Warum wir nicht? Es kommt mir gerade sehr vertraut vor. Hey! Du da! Ich meine schon. Ich kann mich jetzt aber auch irren. Es ist, wie gesagt, schon ein bisschen her. Die letzte Aufnahme. Und wenn wir hier in der vorletzten Aufnahme waren, dann ist es für mich ja noch länger her. Aber doch, ich meine, wir waren hier schon. Hi! Na, wohnst du hier? Hast du eine Werkbank? Schlagring. Rex Mine Supply. Okay, wir waren hier doch noch nicht. Ist das ein Laden? Auf jeden Fall wird hier ordentlich... Widerwarm. Es klingt irgendwie falsch. Wir suchen nur eine Werkbank. Wir sind auch gleich wieder weg eigentlich. Oh, diese Kunst. Gewürze. Und den guten Wodka nehmen wir auch mit. Okay. Ja, ja, ja. Dieses Responder-Signal-Zeug. Oh. Hallo? Irgendwelche Durchgänge. Waschmaschine. Schlosserhammer. Pügeleisen. Uh. Das ging nicht für dich... Nicht für dich aus. Das ging nicht gut für dich aus. So wollte ich eigentlich sagen. Aber von wem wurde die denn getötet? Eine Futter in der Dose nehmen wir mit. Will ich da rein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das nehmen wir mit. Ich gucke erstmal kurz... Was hatten wir denn hier oben noch? Da hatten wir ja, glaube ich, noch irgendein Haus oder einen Laden oder so. Hier. Und vielleicht eine Werkbank? Okay, er ist da oben. Kann man hier rein? Schlüssel erforderlich. Er kommt bestimmt runter. Bringt er uns den Schlüssel mit? Das wäre super freundlich. Eher nicht. Immer diese Brutalität unter Nachbarn. Brutal. Oha. Wurden wir gerade von hinten gebissen? Das hat sich so angefühlt. Warum läuft der jetzt hier auf einmal ein Radio? Ja, schieß! Mädel. Okay. Jetzt hat das Radio wieder aufgehört. Nein, es läuft doch weiter. Da hat letztens auch jemand in die Kommentare geschrieben. Eine sehr, sehr gruselige Geschichte. Ähnlich gruselig wie diese Radios, die plötzlich anfangen und wieder aufhören und wieder anfangen. Sind sich plötzlich öffnende WC-Türen. Gut, dass uns das noch nicht passiert ist. Ich hätte wahrscheinlich die Beine in die Hand genommen und wäre weggerannt. Na, wo ist denn das Radio? Warum ist es denn hier so laut, Mann? Ach. Kriege ich wieder Ärger. Es ist alles so verwinkelt hier auch irgendwie. Das ist ein Radio, aber das läuft nicht. Nein. Alles sehr seltsam. Und einfach keine Werkbänke. Oh, was ist das denn? Ein gelber Kanister. Typ T-Sicherung. Okay. Für was auch immer wir eine Typ T-Sicherung brauchen. Typ T, ist das irgendein Roboter? Oder ist das allgemein... Oh, hier geht's runter. Ist das allgemein einfach eine Sicherung, die wir für einen gewissen Kasten brauchen? So, aber ich will nicht überziehen, denn ich hab nicht viel Zeit. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge da unten wiedersehen würden. Bis dahin. Ciao. 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 Musik Musik Musik